Sie hören Herzfunkeln und Winterträume von Corinna Villa. Es lesen Polly Nolden und Tiziano Renz. Eine Produktion von Lübbe Audio 2021. Für die Lieblingsmenschen in meinem Leben und in meiner Erinnerung. Danke, dass ihr mein Herz zum Funkeln bringt. Mit euch träume ich am liebsten. Hanna – Wonderful Dream oder Lieblingsgemüse – Marzipankartoffeln Der Weihnachtsbaum im Einkaufszentrum ist riesig. Er steht inmitten der Eingangshalle und ragt bis zum obersten Stock hinauf. Weißer Kunstschnee bedeckt die Zweige und glitzert mit den ballgroßen roten und goldenen Kugeln um die Wette. Bunte Lichter blitzen dazwischen auf und bringen Klausi, wie ich das Prachtstück liebevoll getauft habe, zum Strahlen. Irgendwo im Hintergrund läuft leise Wonderful Dream und ein Glückskribbeln durchströmt mich. Ich liebe Weihnachten. Mit allem drum und dran. Plätzchenduft und Weihnachtslieder. Basteln und dekorieren. Den Lichterglanz und die Geschenke. Heißen Kakao und Schnee. Zu den schönsten Dingen gehört an Weihnachten für mich die Zeit mit der Familie. Selbst wenn's immer chaotisch zugeht und schon mal laut wird. Wenn wir uns mit der traditionellen, wissenschaftlich erprobten Schnick-Schnack-Schnuck-Methode um die Farbe der Kugeln und der Christbaumspitze zoffen und Paps den Baum garantiert so lange kreativ fluchend gerade sägt, bis er gut einen Meter kleiner ist. Was Mams aber in weiser Voraussicht beim Kauf schon einkalkuliert. In diesem Jahr ist die Weihnachtsvorfreude unserer Familie jedoch empfindlich getrübt. Und das allein meinetwegen. Ein tiefer Seufzer entfährt mir. Ich lege den Kopf in den Nacken und überlege, ob ich den Stern auf Klausis Spitze wohl berühren könnte, wenn ich mit der Rolltreppe hinauffahre. Ob sich dann mein sehnlichster Wunsch erfüllen wird? Immerhin ist Weihnachten die Zeit, in der ein ganz besonderer Zauber in der Luft liegt. Die Zeit, in der Wünsche wahr werden können. Naja, manche jedenfalls, wie die an Klausis Ästen. Dort hängen Wünsche von Kindern, in deren Familien das Geld knapp ist. Diese Geschenkaktion veranstaltet das Einkaufszentrum jedes Jahr. Mein Blick schweift weiter zu dem mit einer Kordel abgesperrten Podest neben dem Baum, auf dem ein rotgepolsterter Thron steht. Ein Schild verkündet, wann der Weihnachtsmann mit seinen Elfen anwesend sein wird. Hey, Erde an Hannah, Erde an Hannah, brauche Hilfe! Meine Freundin Jule zupft mich am Ärmel. Sie pflückt eine goldene Wunschkarte vom Baum. In der anderen Hand hält sie bereits eine rote. Welchen Wunsch erfüllen wir? Den oder den? Abwechselnd hebt sie die Karten hoch. Malbuch mit Stiften oder Mütze mit Schal? Keine Ahnung. Ich zucke mit den Schultern. Lass uns doch beide nehmen. Eine für dich und eine für mich. Apropos Wünsche. Jules Blick bohrt sich kaum gefiltert durch ihre Brille in mich. Erzähl schon. Wie ist es gelaufen? Ach, eigentlich gar nicht so gut, antworte ich. Auf dem Weg zur Rolltreppe berichte ich ihr geknickt von dem Gespräch mit meinen Eltern. Das sind Äußerungen wie, aber Weihnachten verbringen wir doch immer gemeinsam, Mams, und ich habe dir doch schon so eine gute Ausbildungsstelle besorgt. Paps. Gipfelte. Meine Eltern scheinen entschieden, etwas dagegen zu haben, dass ich unsere schöne Kleinstadt noch vor Weihnachten verlasse, um die große, gefährliche Welt zu erobern, stelle ich fest. Noch dazu allein. Und was hast du jetzt vor? Jule bleibt vor dem Smoothie-Stand stehen und besorgt uns beiden Bratapfel-Milchshakes mit Zimt und Vanillee-Eis. Hast du trotzdem zugesagt? Ich spiele mit dem Strohhalm in meinem Becher. Nein, ich habe noch nicht geantwortet. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Einerseits will ich meine Eltern nicht enttäuschen. Ich nehme einen Schluck von meinem Shake, der genauso lecker schmeckt, wie er duftet. Aber andererseits ist das wirklich eine einmalige Chance. Ursprünglich wollte ich eine Ausbildung zur Mediendesignerin machen. Offenbar war ich aber nicht gut genug. Es ist wirklich ein ziemlich fieses Gefühl, bergeweise Bewerbungen zu schreiben und immer nur Absagen zu kassieren. Aus lauter Frust habe ich dann einen Platz als Bürokauffrau angenommen, nur um nach einer Weile zu merken, dass mir dieser ganze Bürokram überhaupt nicht liegt. Weshalb ich die Ausbildung nach einem Dreivierteljahr abgebrochen habe, was für meine Eltern einem Weltuntergang gleich kam. Deshalb hat Papst mir kurzerhand und ungebeten eine Ausbildungsstelle zur Steuergehilfin in seinem Büro besorgt, die ich eigentlich gar nicht will, weil mich der Beruf null interessiert. Du brauchst eine vernünftige Ausbildung, Kind. Lücken und ein Abbruch machen sich nicht gut im Lebenslauf. Seine Worte klingen mir noch immer unangenehm laut in den Ohren. Also ich finde, du solltest zusagen. Jule saugt geräuschvoll am Strohhalm. Es geht hier schließlich um dein Leben, nicht um das deiner Eltern. Ich seufze. Ja, aber sie nehmen es mir echt übel. Weihnachten verbringt man mit der Familie und fährt nicht durch die Weltgeschichte, sage ich mit verstellter Stimme, was Jule zum Lachen bringt. Es ist nur ein einziges Weihnachtsfest. Das werden sie ja wohl überleben. Drei Monate, über Silvester, korrigiere ich, falls ich den Job bekomme. Na und? Seit Jahren schwärmst du mir vor, du willst an Weihnachten nach London. Ich sage dir, diese Einladung ist ein Zeichen. Ich an deiner Stelle würde fahren. Das stimmt. Jule war allerdings schon immer mutiger als ich. Während ich im Sandkasten still vor mich hin buddelte, ist sie über ein wackeliges Kletternetz auf die höchste Rutsche gestiegen. Sie hat mir auch geraten, mich nach einem Praktikum im Ausland umzusehen. Dabei sind wir auf eine Marketingagentur in London gestoßen, die Aushilfen sucht. Als Jule mich dazu gedrängt hat, eine Bewerbung abzuschicken, hätte ich niemals damit gerechnet, tatsächlich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch zu erhalten. Dummerweise soll das kurz vor Weihnachten stattfinden und das Probearbeiten danach. Falls es gut läuft, kann ich im Januar dort anfangen. So schonend wie möglich habe ich versucht, meine Eltern darauf vorzubereiten. Das ist alles nicht so einfach, wiegele ich ab. Für Moms und Paps ist das Schwänzen der Familienfeierlichkeiten ein absolutes No-Go. Und das Argument mit dem potenziellen Job haben sie damit abgeschmettert, dass ich ja schon die Ausbildungsstelle im Steuerbüro hätte. Und dann haben sie wieder meine Musterschwester vorgekramt, an der ich mir ein Beispiel nehmen soll, weil sie ihre Bankkauffrau-Ausbildung als Jahrgangsbeste beendet hat, während ich auf ganzer Linie versagt habe. So ein Quatsch, erwidert Jule. Du hast nicht versagt. Du hast es nur nicht so mit Zahlen wie der Rest deiner Familie. Du bist eben eher der künstlerische Typ. Hm. Um nicht antworten zu müssen, nehme ich einen weiteren Schluck von meinem Shake und genieße die tröstliche Zimt-Bratapfel-Vanilie-Geschmackswoge, die sich in meinem Mund ausbreitet. Stell dir nur vor, schwärmt Jule. Der Weihnachtszauber in Covent Garden, Big Ben im Schneeflockengewirbel, das glitzernde Lichtermeer der Oxford Street, die New Year's Parade, aber vor allem, sie malt einen Halbkreis mit einer Hand, als ob sie einen Regenbogen nachzeichnen will, die Aussicht auf einen Job, den du wirklich machen willst. Sehnsucht steigt in mir auf und in meinen Gedanken entsteht ein Bild, das ich am liebsten sofort auf Papier bannen würde. Ausgelöst durch meine Vorliebe für britische Filme stelle ich mir die Weihnachtszeit in London absolut magisch vor. Du hast ja recht. Eigentlich will ich auch fahren, gestehe ich ein. Wir schlendern weiter und ich werfe meinen leeren Milchshake-Becher in einen Mülleimer, bevor wir unser erstes Ziel, einen Klamottenladen, betreten. Allerdings bin ich pleite, weil ich mir erst vor kurzem das neue Grafikpad geleistet habe und London ist schweineteuer. Vielleicht ist das ja ein Zeichen, dass ich doch hierbleiben soll. Oder ein Zeichen, dass du dir die Reise eben selbst finanzieren musst, meint Jule mit unwiderlegbarer Logik. Dazu bräuchte ich erstmal einen Job. Ich seufze. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Oder nie. Jule bleibt stehen, packt mich an den Schultern und zieht mir tief in die Augen. Du brauchst die Erlaubnis deiner Eltern nicht mehr. Womit sie recht hat. Denn seit genau vier Monaten bin ich 18 und offiziell erwachsen. Auch wenn Mams und Paps das offenbar anders sehen. Willst du die Chance auf das Praktikum wirklich wegwerfen, nur damit der Weihnachtssegen bei euch nicht schief hängt, redet mir Jule ins Gewissen. Das ist eine einmalige Möglichkeit, deinen Traum doch noch zu verwirklichen. In London, Hannah. Das wird ein Abenteuer. Und du weißt ja, Überraschungen und Abenteuer sind das Salz in der Suppe des Lebens. Beenden wir den Satz gleichzeitig und pusten los. Jule ist schlauer als ich gewesen. Sie hat gleich nach dem Schulabschluss, während ich mich mit den Aufgaben einer angehenden Bürokauffrau herumschlug, ein Auslandsjahr gemacht. Und ich habe sie glühend darum beneidet. Oder bist du etwa ein Angsthäschen? Sieht sie mich auf.